Dann mal schauen und erzähl mir, wer ist zuständig. Nein. Du schaust ihn. Du schaust ihn. Du schaust ihn. Du schaust ihn bei mir. Dann kommt Hack Hack der Hacken der Zerhacke. Rufen sie Ricky an. Nee, nicht wieder das. Ich check das nicht. Du musst ja wohl dann irgendwo hier sein. Links wahrscheinlich. Du schaust ihn. 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 Hey, ist das Johnny? Ja. Ein Freund hat mich bei dir. Man arbeitet mit einigen Filmstars. Du weißt, was ich so? Dann hab ich ein Problem. Er gesagt man könnte mir. Ich bin in der Zentrale. Warte, 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 ich schraubere Dämonen, in der Mitte. Mein Partner hat mit all unseren Staten weggezogen. Und nachdem die Fächer sich in die Fächer schauen, wird er halbwegs nach Shanghai. Ich werde sie nie zurückbekommen. Dämonen, hm? All das ich brauche ist, ist jemand, um sie zu retten. Ich betre eine große Fiege. Okay, okay. Was ist der Manns Name? Sein Name ist, äh, Large Bu... Gott, du F***er. Okay, ich hab's, glaube ich, diesmal verstanden. Man muss dann beim zweiten Scannen auf die Leute klicken, die hier drauf leuchten, um jemanden zu finden. Ab nach Eberlin. Oh, du liebst dich, Baby. Ich versuchte. Bist du verrückt? Ich denke, was wir machen. Das ist unser Zukunft, du und ich. F***er, Asshole. Ich bin nicht auf meine Clothes für dich oder jemanden. Asshole. Tschüss. Pass auf, dass du nicht in mein Auto fährst. really? Für Ungeschicktheit gibt's Minuspunkte. really? Für Ungeschicktheit gibt's Minuspunkte. Was ist das? Danke. Alles gut? Kannst nach Hause gehen. Ich hab's erledigt für dich. Ich komm' gleich. Ich muss erst beten. Mais 15 von 15. Ich hab's erledigt für dich. 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 Das war's mit euch. Ein Johnny Redface zu redestellen. Komm schon, Ratten-Gesicht. Wieder auf den Tastaturwechsel, sonst wird das hier nix. Holy shit! Hallo! 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 Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Das ist so nervig, dass man hier so schlecht schiessen kann. Das ist so ungenau. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Also in the air... Sorry Und wieder mit dem Motorrad Das ist richtig Shit! Okay, mit dem Gamepad Ist das ziemlich schwierig, gleichzeitig zu fahren und zu schießen. Wie man zieht, ne? Fuck. Ich will nie Redface fahren. Komm schon! Wer bist du? Was willst du? Ein Freund von mir will dir ein paar Nudeln. Was? Du bist verrückt? Schau, Mann, ich habe wunderschön Freunde. Ja? Wer würde das sein? Sie werden dich töten. Sag mir ihre Namen, damit wir sie jetzt sehen können. Was sind die Wahrheit, dass sie sogar sagen können, dass sie dich wissen? Fuck you, ich werde dir nichts erzählen. Nein, du musst nicht, jemand anderes wird die Frage stellen. Wir fucken ihn, auch! Viel Spaß! Er ist erstaunlich gechillt, dass ich ihn gerade eigentlich entführe. Ich habe ein paar Alten, nicht entführe. Ich bin meine Ere. Ich habe deine Ere. Ich habe meine Arten und Wurrumpf, habe ich denjenrig. Ich habe meine Chewie. Ich habe sie gewinnen. Ich habe sie von Winston. Holy shit, der wird jetzt der Hakt. Holy shit. 5000 interne was akte mitteilung abteilung bericht der abteilung für internen ermittlungen des spd schiesse da irgendwas update der internen ermittlungen ist es das im zuge der untersuchung hinsichtlich der ermordung von jimmy wanai chan haben unsere ermittlung officer shens biografie überprüft und sind dabei auf folgende unregelmäßigkeiten gestossen der betroffene hat an der ps one to one mit auszeichnung abgeschlossen wurde aber sechs mal wegen gewalt und oder prügelein getadelt in seiner schüler akte fandet sich überdies der vermerk gelegentlich ist wei shen ein wahren musterschüler ich fürchte nur seine verbindungen zu stadtbekannten kriminellen haben ihn auf abwege gebracht bitte sehen sie i a akte 2 6 0 3 b oder 8 für weitere details nein das haben wir nicht der wurde zerhackt ich würde es irgendwie lustig finden wenn wir irgendwann mal sein kopf oder irgendwie sowas sehen würden dort an so einem beil aufgehängt würde ich noch lustig finden ja moin was hast du zu erzählen ja sie ist mit ihm später heute ich glaube das nicht in den arias appartements auf tiffany war dann wird das wohl jetzt eine beschattung und hoffentlich passiert tiffany nichts eigentlich war es ja oder ist sie also ist sie ja Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.